Kurzes Armbanduhren-Update. Ich habe ein wunderschönes passendes NATO-Band in meiner Kiste gefunden, nämlich so ein Navy Blue. Ich habe hier dieses Textil- oder Stoffband hier, das ist so ein bisschen das weichere Material, mal entfernt und habe mal dieses Navy Blue hier dran gemacht mit der schwarzen Hardware. Ich finde das passt sogar noch eine Nummer besser, da dieses Blau jetzt vom Farbton her fast genau dem Blau aus dem Ziffernblatt entspricht, während das Original-Blau-Band hier etwas heller ist. Somit haben wir jetzt aber auch nochmal hier schwarz durch die Hardware und passt jetzt schön die schwarze Hardware zum Inneren des Ziffernblatts und zur Linette, während das tief-dunkelblaue Navy NATO-Band wunderbar zu dem äußeren tief-dunkelblauen Kreis vom Ziffernblatt passt. Da sind das hier ein bisschen zu hellbar und so ein bisschen, jo, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so ein bisschen, ja, zu lottrig irgendwie hier. So noch genug gehalten wird, hier mit diesen beiden Punkten hier drin, mit den beiden Stiften, die durch ein Loch kommen. Nicht wirklich vertrauenserweckend stabil, obwohl die Schnalle dann wiederum, wenn sie drauf sitzt, das Ganze dann eben fixiert und es eigentlich nicht rausrutschen kann. Da das aber sehr passgenau ist, muss man das beim Öffnen und Schließen wirklich immer ganz rein drücken, dass diese kleinen Nasen dann hier rausgehen. Ja, das Band ist okay, ist gut, dass sie hier sowas dazugelegt haben und nicht irgendwie ein normales Armband und besser wie die Edelstahl-Armbänder gefallen mir dann solche Bänder sowieso besser. Aber geht auch nichts über so ein klassisches NATO-Band und dann noch mit schwarzer Hardware. Da kommt das doch richtig geil. Die hat man blitzschnell gewechselt. Kann man mal farblich ändern, anpassen. Aber wenn man erstmal eins gefunden hat, wo gut zur Uhr passt, dann bleiben die meistens. Ja, Freunde. Ores. Divers 65. Wirklich eine coole Uhr. Danke für das reinsteigen, bewerten und kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Juppidi, wenn es wieder mal was Neues gibt über Uhren. Okay, macht's gut. Bye-bye. Allzeit gute Zeit euch da draußen. Bleibt gesund. Bye.